Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Etorama. Begegnen Sie Montaigne auf seiner ausgedehnten Bäderreise. Diese unternahm er 1580 aufgrund seiner Nierenkoliken. Einen Halt legte der Franzose dabei in Basel ein, wo er dem Arzt Felix Plattner einen Besuch abstattete. Mh! Insbesondere dessen Herbarium weckte das Interesse Montaignes. Einige Luftkilometer weiter südlich und ein paar Jahrhunderte später gastierte Alexandre Dumas in Berner Landen. Der französische Schriftsteller schwang in Reichenbach sein Tanzbein. Offenbar animierte ihn die Bärenparade. die er ein paar Tage vorher in der Bundesstadt bestaunt hatte. Dumas besuchte 1836 das Berner Oberland, wo sich der säumige Schuldner versteckte und nebenbei ein Küsschen von einem Bauernmädchen stahl. Viele weitere Geschichten finden Sie auf Etorama. Starten Sie Ihre Reise hier! Die Bärenparade Erurd